Nein, ich mach einfach so lange, bis ich alle gefunden hab. So, schau's aus. Hier ist was drin. Komm raus. Zack. Was haben wir hier? Eine Biene. Und was noch? Noch eine Biene. Komm. Und eine hässliche Fliege. Und ein, was auch immer du sein sollst. Okay. Da oben ist bestimmt wieder eine Spinne. Ja. Na klar. Komm hoch. Hab ich sie getötet? Oh, okay. Ich hab sie schon erwischt. Gut. Ähm, wo jetzt lang? Puh. Bin grad etwas überfragt. Zack. Zack. Ich glaub, ich lauf wieder genau so, wie ich grad hergekommen bin. Kann das sein? Ja, kann sein. Ich glaub, ich lauf wieder anders. Zack. Und hopp. Hoch. Diesmal rechts lang. Juhu. Ist hier noch was? Hallo? Dreh dich. Kamera. Ist hier drin was? Nein, ich glaube nicht. Nein, ist nichts. Gut, weiter. Nein, nein. Nein. Okay. Klettern. Yay. 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 Herrlich. War ich hier schon? Oh Gott. Nein, ich glaub, hier war ich noch nicht. Warte, war ich hier schon? Ja, hier bin ich hergekommen. Super. Okay. Es fehlen noch 16 Stück. Nein! Wie viel hab ich noch? Ein Leben. Äh, das ist nicht viel. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauch wieder ein Schutzschild. Oh Gott. Ich mach mir aus der Blume ein Schutzschild. Zack. Nein, weg von mir. So, ist gut. Blume. Blume. Juhu. Okay. Da ist eine Biene. Da waren wir noch nicht. Und ein Regenwurm. Zack, jetzt wollte ich schon Regenbogen sagen. Ja, wir töten Regenbögen. Und was ist hier? Hier, hier. Hier kommt sowas raus. Aha. Bye, bye, Buggy. Da komm ich nicht hoch. Toll. Ah ja, genau. Da hab ich, glaub ich, den Samen mitgenommen. Nicht hell. Weil, hier, hier. Genau. Hier waren diese zwei Würmer. Tausendfüßler oder, oder? Doch, hier war der zweite. Ich wusste doch, dass noch ein zweiter da war. Äh, es fehlen noch sechs Stück. Fünf. Ähm, wohin links, rechts? Links sieht's irgendwie... Keine Ahnung aus. Da ist ein Samen. Da oben war noch eine Spinne. Die nehm ich noch mit. Noch vier. Also, oben mit der Spinne noch drei dann. Halt, hier. Komme ich dann wieder zurück. Okay. Ah, da oben ist ein Käfer. Den werde ich auch noch mitnehmen. Gut, dass ich den sehe. Ah, ein Regenwurm. Okay, noch drei Stück. Spring, Loch, hoch, flick. Zack, zack. Okay. Eine fehlt noch und ich glaube, vor dem Ende war, ähm... Wenn ich mich nicht irre, eine Biene. Kann das sein? Ich glaube sie auf jeden Fall schon. Ich schaue jetzt einfach mal. Und, ist hier was? Biene? Natürlich nicht. Nein, es kann nicht sein, oder? Es fehlt mir jetzt nicht noch ein Monster. Gut, überlegen wir. Wo könnte dieses Monster sein? Es könnte ein Wurm sein. Ich höre hier irgendwie was. Waren das Hintergrundgeräusche, oder... Plötzlich so nach Smetbo... Oh nein, mein Schild ist weg. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Geht weg von mir. Weg von mir. Nein, weg von mir, habe ich gesagt. So. Wo könnte... ...der Spaß sein? Ich mache hier gleich eine Pflanze, dann weiß ich, dass ich hier lang muss. Au. Wo könnte hier das letzte Monster... Monster? Ich sag... Boah. Wo könnte hier das letzte Insekt sein? Nein. Komm, so... So böse bin ich nicht. Da oben. Da oben. Da. Das Loch. Ich sehe das Loch. Wuhu. Ich habe das letzte gefunden. Nein. Und ich bin zu blöd hochzuspringen. Hey, nein. Ich bin wirklich... Ich bin wirklich zu blöd hochzuspringen. Das war jetzt eigentlich nur ein Scherz gedacht. Aber okay. Oh. Okay. Komm raus. Und... Yeah. Yeah. Auf nimmerwiedersehen. Auf nimmerwiedersehen, du Scheiß. Okay, das Level war... Es war schwer. Aber es war nicht scheiße. Also ganz ehrlich. Es war cool. Schwer. Ich würde sagen... Ohne Ehrgeiz kann man dieses Level nicht mit allen Sachen packen. Aber... Auf jeden Fall irgendwie doch lustig. So, jetzt muss ich den richtigen Weg finden. War das der hier? Ja. Ja, ich glaube... Ich glaube, ich gehe richtig oder falsch. Ja, doch. Ich glaube, ich gehe richtig. Spring hoch. Flick. So, und jetzt kurz vorm Ausgang sterben. Das wär's. Oh, so, jetzt genau hier, oder? Zack. Sterben. Kein Game Over. Ja, okay. Okay. Okay, wir haben alles geschafft in dem Level. Eine kurze Folge für heute. Und übermorgen geht's ja dann mit dem nächsten Level weiter. Gut. Jetzt filmen wir uns mal wieder ruhig. Bonus-Movie. Und los geht's. Okay. Okay, Leute. Das war dein Bonus-Clip. Mal schauen, wie's weitergeht. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.